die meisten von denen haben ja auch einen autoführerschein da musst du doch auch die normalen verkehrsregeln kennen oder was ich nicht okay finde ist dass fahrradfahrer eine einbahnstraße falschrum reinfahren dürfen das finde ich nicht in ordnung oder dass er auf dem bürgersteig permanent fahren obwohl nebendran ein radweg ist ja es geht im staat immer nur um geld da ist der mensch egal ja das ist auch so fahrrad haben wir in der schule auch gehabt ja ja das ist leider so so was habe ich hier warum warum zum donald ach so warum okay ich sag nichts mehr alles gut das jetzt stimmen tut muss ich erst mal tag zu meinem töchterchen sagen hallo töchterchen sagt steffi hallo steffi hallo elena alles gut ja die war bei ihrer freundin und nun ist sie wieder zu hause war denn bist du denn gut hergekommen war es aus kreuz zu oder also du konntest mit der ringen fahren ah gott sei dank ah diese bauarbeiten nein ja muss ja muss ja ich habe das gefühl dass das hier ganz falsch ist was ich gerade mache schon wieder am regnen ja minecraft du gehst nur auf die nüsschen so jetzt muss ich das mal alles wieder abreißen hier ich korrigiere hier auch gerade einen bogen ja schön ja ich habe gesehen hier war noch einer nicht so das muss auf alle fälle hier rüber und hier ist die mitte ich gehe jetzt erst mal bis demnächst ja tschö der zocker schön dass du da warst das das tut so gefixt Der Fixed... Ach so, und da oben drauf muss auch noch mal. 1, 2, 3, 4, 5. Stimmt. Gut. Ich bin hier beim Gewölbebau am Blumenfenster und verzweifle ein klein wenig. Aber ich glaube, so geht's, so lasse ich das jetzt. Naja, hier stimmen die Abmessungen nicht. Es ist nicht symmetrisch. Und deswegen habe ich hier ein bisschen Schwierigkeiten. Also fange ich erst mal hier an. Das. 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 Jetzt hier. Ne, warte, das kommt nämlich weg. So. So ist das. Genau. Und jetzt kommen die da hin. Das. Das ist das. 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 Da gähnt der Abgrund. Wo seid ihr hier? Das heißt, dass ich für dieses Gewölbe hier eine Stunde gebraucht habe. Oh, da habe ich schon ein Schiff. Ja, also nicht ganz zwei Stunden. Eine Stunde, 54. Aber es ist krass, wie die Zeit einfach nur sehr geht. Ja, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde hier dran gepobelt. Gut, dann muss ich das nochmal. Naja, nee, nicht ganz. Kann nicht sein, weil ich habe ja noch hier den Fußboden gemacht. Und ja, die Laternen hier gesetzt, wie auf der anderen Seite. Jetzt muss ich aber mir mal angucken, wie ich das gemacht habe. Ja, drüben. Ja, genau. An welcher Höhe habe ich da angefangen? Das muss ich mir mal genauer angucken. Ja, unter denen. In der Mitte muss ich immer mal kurz stehen bleiben und gucken. Lohnt sich ja auch, der Blick. Schön. Der Blick, der lohnt sich ja auch, hey. Ja. Gut. Ah. Aha. So. Gut, wenn das so ist, dann machen wir das eben so. Ja. Warte, und das jetzt einfach so? Das mache ich jetzt einfach so, weil es auf der anderen Seite auch einfach so ist. Nämlich nicht in der Mitte, der Bogen. Einfach so? Ja. Also. So. Drei. Eins. So. Jetzt sind die Blüten. Aus Versehen was anderes dran geklebt. Das haben wir hier richtig. Ach ja, der hier war eins zu niedrig. So. 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 Gut. Dann das hier drunter. So, und habe ich noch die Zieschel. So, der hat jetzt auch die richtige Höhe. Sehr schön. Ach, jetzt habe ich noch. Okay. So, gut. Das habe ich jetzt wie auf der anderen Seite. So, so. Dann müsste das jetzt auch erstmal richtig sein. Ja, gut. Oh, und die sind ja schon. Aber was fehlt denn da oben noch? Da ist ja ein Loch. Fehl ich gar nicht. Im Seitenschiff, beim Blumenfenster. Ich muss gerade mal gucken. Ach, auf der andere Säge. Auf der andere Säge. Jo. Ich muss gerade mal gucken, warum hier ein Loch ist. Warum ist da ein Loch? Dieses Gewölbe ist sowieso ganz anders gebaut. Gut. Oh, wir haben 58 Grad. Was? 58 Grad? Ja, ohne Scheiß. Hier steht 58 Grad in... Fahrenheit? Das ist aber ein Gradzeichen da drüber. Ja, Grad gilt auch für Kelvin oder Fahrenheit. Okay. Ja, wenn das öffnet, also richtig öffnet, dann kommt da ein F. Gefahrenheit. Ja. Ja, wie ich gestern, oder ich glaube, gestern war das schon gewundert. Ich denke, hä, wie 60 Grad draußen? Oder ist das denn jetzt mit deinem Handy kaputt? Ja, das konnte nicht richtig sein, das war ja klar. Nee, also 60 Grad, das hast du ja noch nicht mal in Dubai. Ich hab mich gewundert, wenn man hat, hier in Deutschland helfen. Ich hab gestaubsaugt. Hast du gut gemacht. Ich weiß nämlich jetzt gar nicht, wie ich hier runterkomme. Lass dir den einen doch oben offen, wo dein Stift ist, hier deinen Sandstift. Ja. Kannst ja von unten dran pappen. Ähm. Warte, aber ich, und dann mach ich mal nicht bei den großen Bögen auch so, weil sonst kommst du ja gar nicht mehr runter. Muss ich mal gucken. Aha. Boah, ich hab so gar keinen Bock mehr auf Bögen. Was? Ich mach zwei Stück. Und den großen. Ja. Ich brauch Motivation. Ja, guck mal, hinterher sieht es auch schön aus. Das stimmt. Das siehste. Ich hab das jetzt mal in die Mitte geholt. Damit man auch was hören kann, ne? Genau. Da vorne war es zu weit weg. Ja, hier. Da hast du nämlich nichts mehr gehört. So, was brauche ich denn? Gemeißelte. Jetzt kann man aus dem Seitenschiff rausgehen, ins Mittelschiff. Und hat überall Dach. Jetzt hat schon wieder am Regnen. Nein, ich fahrsit ja nicht. Wir wirken dann schab ich mit. Noch brauche ich es. Erde. Brauche ich noch. So. Ach, die umgedrehten. Das ist aber auch wirklich die einzige Platte, die so hübsch ist, wa? Ähm, es gibt noch eine, die ist eigentlich auch okay. Aber die ist am geilsten von allen. Ja, wenn man im Dombau fertig sind, dann kommt das ja wieder weg. Nein, was mach ich denn? Hast du die Silk Touch mit? Nee. Hab ich nicht. Weißt du, wo du Steine farmen kannst, ohne dass es auffällt? Unterm Dom. Da haben wir ja noch mehr Loch. Ja. Macht ja nichts. Noch mehr Hohlraum. So. So. Let's just. Klinis irgendwo? Nee. Brauchst du Klinis? Zwei Stück, um hier das ordentlich zu machen. Hast du Klinis? Ja, ich habe mir gerade welche geholt, weil ich jetzt oben weitermache. War das die? Nein. Hast du mal gerade zwei Stück für mich? Zwei? Zwei. Gut, danke. Bitte. Zwei Falsche, ich wollte ja daheim. Da fällt gerade auf, ich habe die Kamera gar nicht an. Jetzt kommt bei mir Minecraft Musik, überlagert sich mit der Platte. Ich bin jetzt zu hoch. finder sollst du mal ein bisschen Schäger. Oh, das ist gut. Okay. Das tut mir leid, ich bin zu hoch. Das tut mir leid, ich bin zu hoch. Ich bin froh, wenn wir die Bögen hier drin haben. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, 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 ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh.